Hallo und herzlich willkommen aus dem Quest-Club. Heute mit der Franzi und mit mir, der Barbara. Wir freuen uns, mit euch heute eine tolle Stunde zu machen. Und wir machen heute mit euch Step. Wenn ihr keins zu Hause habt, ist das überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr es einfach auf den Boden machen. Franzi sagt jetzt, wie es ohne Step geht und ich mache es mit Step. Und zwischendrin wechseln wir. Genau. Nur, dass ihr nicht irritiert seid. Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen Platz, vielleicht was zu trinken und ein Handtuch. Und wer ein Equipment zu Hause hat, Scheibe, darf sich gern was zur Seite legen. Da können wir auch ein bisschen was brauchen. Ein Kilo oder 2,5. Fünf Kilo geht auch, wie ihr wollt. Genau, das Prinzip. Wie ihr drauf seid. Genau, wir fangen langsam ab mit einem Warm-Up. Da wehren wir uns ein bisschen auf. Dann geht es in die Beine. Wir machen sehr viel für die Beine und für den Po und haben auch sehr viele Pullspitzen. Zirkel machen wir noch, fünf Minuten. Zwei Stück, genau. Genau. Ja, gut wird es. Genau. Schweißtreibend. Und jetzt glaube ich, sind wir on Air, auch bei YouTube. Dann würde ich sagen, dann starten wir. Dann können wir loslegen. Gut. Wir brauchen Platz, wenn ihr euer Step aufbaut, nach hinten und zur Seite ein bisschen Platz. Wir fangen so einen halben Meter hinter den Step an. Musik, go. Wir fangen so an. Und dann machen wir die Arme richtig lang. Bei diagonal, einer nach oben, einer nach unten. Kommen wir langsam zurück. Wir steigen dann mit dem rechten Bein auf und pulsieren. In den Squat. Vier, vier, drei, zwei, eins. Nochmal. In den Lunge. Vier, drei. Jetzt sind wir drin, oder? Ja. Genau. Vier, drei, zwei, eins. In den Lunge. Immer viermal pulsieren. Bauch Mitte fest. Einmal noch. Jetzt gehen wir gleich nochmal in den Lunge. In den Double. Double Lunge. Double Squat. Double Lunge. Double Squat. Ohne Step einfach ein Bein nach vorne ziehen. Popo nach hinten und das hintere Knie tief ziehen. Vier Runden mehr. Double. Können auch gerne die Hände ablegen auf dem Oberschenkel. Popo tief. Eine Runde noch. Dann haben wir Single Lunge im Wechsel. Rechts hoch. Wechsel. Ein Bein nach vorne. Und die hintere Ferse in die Luft. Oberkörper. Tief nach unten. Basic Stop. Hoch. Und tief. Wir steigen rauf und runter. Ohne Step einfach nach vorne. Und zurück. Nehmt die Arme mit. Jetzt viermal hoch. Viermal hoch. Und viermal tief. Alles mit rechts. Und runter. Was kommt? Schaut mal hoch. Das Threadl. Wir gehen rechts rauf. Tief, tief. Auf Step. Zurück. Oder vorsteigen. Öffnen. Wieder zu. Die Beine hoch. Runter. Mehr. Kommt mal tiefer. Popo. Großer Schritt. Mitte auf Step. Wir ändern ein bisschen ab. In dem Threadl. Wir bleiben offen. Double Squat. Rechts hoch. Double Squat hinten. Popo nach hinten. Hoch. Öffnen. Könnt ihr auch gerne die Arme nach oben nehmen. Brusthöhe. Go. Hoch. Vier mehr. Tief. Rauf. Runter. Double. Tief die Beine. Die Zähne ein bisschen nach außen. Knie nach außen. Leg Lift. Rechts hoch. Im Wechsel. Bauch nach innen. Geht auch Option. Faust in die Hüfte. Und die Bärse nach oben schieben. Noch. Wärmen wir alles ein bisschen auf. Macht euch länger. Alles gut? Ja, ich bin ein bisschen am Struggeln. Ohne Step. Aber es geht. Es geht. Ungewohnt wahrscheinlich. Basic. Hoch und tief. Jetzt sind wir noch mehr auf derselben Seite. Macht ihr nichts? Macht ihr nichts? Ihr könnt auch gerne die andere Seite nehmen. Sollen wir das auch machen? Können wir gerne. Geht, oder? Hoch und tief. Vier hoch. Vier. Alle mit links. Herauf für vier. Wieder tief. Wir machen jetzt nochmal dieselbe Runde auf der anderen Seite. Dann ist da, ich hoffe, euch alle ein bisschen warm. Step Twizzle. Hoch. Öffnen. Step. Zurück. Großer Schritt. Hier klein. Und wieder. Irgendwie ungewohnt ohne euch. Vier mehr. Kommt. Hoch. Tiefer. Raus. Zurück. Kommt noch fort. Gut. Noch drei. Der letzte. Finger lunge. Links hoch. Lunge. Wechsel. Kommt tief. Zielgeraden. Lang. Hinterher Knie. Rechter Winkel. Einmal noch. Downtap. Langsam. So, sind wir schon am Ende. Gut. Gut. Dann dürft ihr euer Step drehen. Wenn ihr jetzt auch schon ein bisschen schnaufen müsst, ist es völlig normal. Wir brauchen Platz hinten. Jetzt geht es in die Tiefe. Wir fangen auf der linken Seite an mit Downtaps im Wechsel. Gut. Go. Schulter nochmal zurück. Körpermitte fest. Bauchnabel nach innen ziehen. Und wieder. Ich kann euch kurz downtappen. Ah ja. Geht schon. Da ist er. Macht's super. Wir fangen auf der linken Seite an. Go. Orientiert euch in die Ecken. Weit tappen. Zur Seite. Wer Bock hat, kommt mit. In den Drop Thot ist der Charm in die Ecken. Fertig. Gleichzeitig aufkommen. Mehr. Und wo geht der Popo hin? Nach hinten. Mehr, mehr. Nummer eins. Etwas leichter. Wer hier? Schritttipp. Noch zwei. Wir ändern ab in den Triple Squat. Bleibt hier. Drei. Zwei. Wechselt die Seiten. Drei. Zwei. Eins. Turn. Beine hüftbreit. Stehen an der Linie. Zwei Rücken mehr. Komm. Brennt schon. Brennt schon. Bei mir auch. So. Eine Runde noch. Dann kommen wir in die Mitte. Viermal hoch. On top. Rechts hoch. Viermal hoch. Und runter. Kurze Erholung. Dann machen wir jetzt viel für unsere Beine. Die definier mal. Sechs. Viermal hoch. Repeater. Vier. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Drei. Sechs. Das Bein. Sieben. Sechs. Fünf. Drei. Vier. Drei. Zwei. Turn. Wir ziehen jetzt immer dreimal nach oben. Wie weit? Bis zum Bauchnabel. Und das Standbein ist soft. Wir hören vom Beat. Was kommt? Schaut mal. Einie. Split, split. Nee. Rechts hoch. Ab. Wechsel. Wechsel. Nee. Die Pferde bleibt in der Luft. Oder ohne Step. Einfach nach vorne gehen. Koppel und Blatt. Komm. Nee. Das sind viele. Ja. Kommt hoch. Gut. Juhu. Wir schaffen Hüftbreit. Downtip. Im Wechsel. Easy. Hier bei uns. Weit zur Seite. Noch zwei. Dann kommt der Jump. Komm. Juhu. Hoch. Die Arme nimmt er hoch. Zur Stirn. Zack. Oder Down-Tap. Triple. Drei. Zwei. Eins. Wechsel. Drei. Turn. Schaut mal, was kommt. Jump. Across. Jump. Zurück. Jump. Across. Jump. Back. Klein. Weit. Eng. Wir waren dann über Step. Schaut mal. Weit. Eng. Oder hier bleiben. Hinter. Vier mehr. Komm. Tief. Zehn aus. Zehn vor. Zurück. Tief. Bleibt unten. Noch zwei. Tief. Downtap. Go. Oder wer noch Power hat, kommt mit. Ich glaube, eine Minute haben wir noch. Das schaffen wir. Oder da. Triple Spot. Stopp hier. Drei. Zwei. Wechselt die Seite. Wer kommt mit? Jump. Jump. Step. Jump. Back. Steigt langsam hinein. Einmal noch. Nochmal. Einmal noch. Downtap. Jump. Squat. Und. Noch zwei. Wir sind zum Ende. Hau fest. Ist ja kalt sein, oder? Unten halt. Oh, stopp. Gut. Dann, wenn ihr was zu trinken braucht, trinkt es kurz. Jetzt kommt der erste Zirkel. Wir haben acht Runden. Vier. Wir machen vier verschiedene Sachen. Und das zweimal. Oder? Soll ich gleich starten? Wenn du magst. Gerne. Gut, dann starte ich. Ich bin nochmal auf dem Step. Die Franzi zeigt ohne Step. Wir fangen jetzt mal auf der linken Seite an. Welcome to Tabata. Wir werden eingeläutet. Ihr könnt da kurz zuschauen. Hüft breit. Soll dann, wir fliegen. Nach oben. Da. Hoch. Und tief. Jeder nimmt seinen Rhythmus. Pump. Jump hoch. Ich komme mit dir, Franzi. Du blickst ja hoch. Ihr könnt machen. Einfach hier nur. Werden höhen. Und fängen. Wie ihr wollt. Und dann. Komm. Und stopp. Machst du? Ja. Set zwei. Mountain climb. Wir kommen gleich tief. Mit mehr Händen schulterbreit. Rüste zurück. Poutine. Hörst du? Run it. Knie zur Brust. Jeder in seinem Tempo. Schieb das Gewicht vor zur Schulter. Und gib es. Speed, 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 speed. Hörst du? Hörst du? Hey, hey. Ihr habt 20 Sekunden Belastung. Normalerweise ganz schön schnell vorbei, gell? 3, 2, jump on. Super. 10 Sekunden Pause. Entweder jumpen oder hinterm Step. Tapen auf. 4, go, go. Kommt mit. Warning up. Kommt der Puls darf hochkommen. Wo seid ihr? Wir wollen Likes, oder? Na, Tee. Ja. Kommt noch. 10 Sekunden. Wir geben die Daumen. Und Stopp. Set vier. Wie tief ist? Nicht direkt nachdenken. Switch Climber. Ja. Um Gottes Willen. Komm tief. Schau mal. Steig ein. Go, 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 go. Setz die Bärze ab. Bring das Knie Richtung Ellbogen. Option bei der Barbara. Setz das Knie auf. Oder. Vor. Und vor. Du entscheidest. Hau nochmal rein. Die letzten Sekunden laufen. Go. 2, 1. Hold. Komm hoch. Wir machen alles nochmal von vorne. Wenn du mit dem Step gehst, nimm das andere Bein auf Step. Mit mir. Hüft breit. Jump up. Go. Go, go, go. Hey. Durch die Decke durch. Ist auch eine Option. Wenn du nicht springst. Keine Brakes. Ja. Aber ich bin mir sicher, ihr gebt alles zu Hause. Komm. Okay. Wir haben noch zwei Steps. Massenkleinbar. Komm tief. Arme auf Step. Üblich nach vorne. Nie nach vorne. Nee. Wir wechseln. Popo tief. Nicht höher wie die Schulter. Kommt. Run, run, run. Run, run. Ein Panner. Wuhu. Der Puls schießt hoch. Und jump. Oh. Aua. Schöpfe. Schöpfe. Komm auf Schienen. Nimm das andere Bein auf Step. Und Schöpfe. Go, 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 go. Ihr hört es. Go, 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 go. Beug die Knie minimal. Macht den hier fest. Schultern zurück. Stark. Stolz. Und nicht zu stoppen. Go. Stop. Three, two, one. Hold. Ein Step noch. Machen wir das nochmal. Kommt nochmal tief. Switch. Machen wir das gleich mal. Go. Come. Jump. Twist hinter. Optionen. Wisst ihr noch? Einfach viel nach vorne zappen. Im Wechsel. Go. Go. Franzi, ich bin bei dir. Uh. Gut. Super. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Dreht der Step. Ich mache jetzt weiter mit dem Step. Barbara geht on the floor. Genau. Mal schauen. Das ist gut. So muss ich rechts, links. Ihr atmet. Ich atme so ein bisschen. Könnt ihr mal was trinken? Unwesentlich. Nehmt nochmal einen kleinen Schluck. Und dann gehen wir in die zweite Pulsspitze. Ich zähle das auch als Pulsspitze. So. Gut. Fantastico. Ich starte. Beziehungsweise wir alle starten an dieser Seite. Und du kannst mal drücken. Ei, ei, ei. Das ist nicht meine Uhrzeit hier. Wir haben vier Knee, ladies and gentlemen. Darfst du gehen, ja. Das waren die ersten vier Knee. Ich mache noch zwei. Und ihr schaut erst mal. Dann gehen wir viermal across. Dreimal across. Zweimal across. Und vier Knee. Alles easy, alles entspannt. Vielleicht kann man ein bisschen mehr Beat haben. Das wäre fantastisch. Aber. Wenn du magst, heb ab mit mir. Kick den Po. Und dann drück dich hoch durch die Decke. Knee up. Vier. Drei. No time to rest. Nicht jetzt, nicht hier. Cross it, baby. Kick den Po. Zieh das Knie lang. Achtung. Wir machen einen mehr. Einen mehr. Shuffle hier. Stell dich wie auf Eisenbeinschienen. Bestzeit her. Ich zeige dir, wo die Reise hingeht. Einmal hin. Einmal her. Power jump. Go. Du drückst dich hoch. Mit der Power aus beiden Beinen. Touchdown, wenn du möchtest. Und Crossover hinten. Geht noch einer? Schau mal. Across the top. Wir haben aufgeladen. Jetzt explodieren wir. Wenn du nicht mehr springst. Selber move. Ohne Jump. Sechs marches. Across. Sechs, fünf, vier. Sechs zurück. Die Länge vom Step nutzen. Ist gut, gell? Wenn ihr wieder Luft habt. Jog. Kick den Po. Boys and Girls. Level drei. Bestes Level. Der Swing. Beim Pendeln. Langes Bein. Langes Bein. Vier Single Knee. Haltet hier. Ja. Der Swing. Satz. Hier. We can't take it anymore. Push up. Da ist der Beat. Da ist der Moe. Across. Da ist unser Step. Take it anymore. Stop and Shuffle. So, stoppt, alles, nochmal von vorne, ja, sag ja, ja, sechs Mouches, over, atme durch, gönn dir die Pause, wenn du fertig auch, geht mir gut, fang an zu joggen, kein Limit, ja, das einzige Limit, was du hast, ist dein Kopf, ja, Achtung, geh ins Pendel, schwingt mit uns, hin und her, swing it, baby, oh, 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 spürt ihr den? Ja, hörte das? Power Jump, across, let's go, touch down, Hey Team, Power von unten nach oben, Side Loose, und dann, across, baby, wuhu, jump it, baby, stop it, baby, Hey, wir haben eine kleine neue Kombi, Achtung, zwei Knee, keine vier mehr, zwei Knee, einmal over, stopp und march, zwei Knee, größer ist? Mach's größer, shuffle oder march, do it, boom, boom, hoch, Einer noch, wenn mein Puls ist hoch genug, Zeit für Cross Training, stopp hier, hold, wenn du nicht tief gehst, keine Push-Ups, Single Knee, wenn du tief gehst, hinter Step und an den Boden, Füße schulterbreit, Walking Push-Up, einer zur Mitte, wander mit mehr, walk, walk, Nimm die Hände, schulterbreit, bring die Ellbogen zur Brust, und halt den Kopf oben, so gut es geht, du merkst, die Hand am Boden, hat härter zu arbeiten, deswegen wandern wir, ja? Und vielleicht hört ihr auch, der spielt uns raus, stoppt, hier, wow, was für ein Start, trinkt, tupft euch ab, und wir gehen in die Erholung, aber keine Erholung für die Beine, kommt, wir wechseln nochmal kurz, Was machen wir, die mich kennen, meinen Lieblings-Track, schultern wir die Schulter zurück, Bauchmitte ist fest, es geht jetzt rein um die Beine und um den Po, ein Bein wird angewinkelt, machen wir das linke Mal, schatten wir was drauf, tap, 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 nee, Gewicht leicht nach vorne, diagonal hoch, wir tappen dreimal, nach hinten, schräg, eine Linie hoch, Was kommt? Launch, Launch, Squat, nee, tief, diagonal, Popo tief, hoch, Knie tief, Knie ist Popo tief, hoch, zwei Runden mehr, einmal noch, around the world, kommt, drei, wir bleiben oben, vier Repeater, Halt, vier, drei, zwei, in die Kombi, Launch, tief, diagonal, Squat, nee, Vier Mal ziehen, mehr, kommt, wer nicht tief gehen möchte, der tappt einfach, oder steigt ab, und macht das ohne Step, Launch, So, jetzt müsste der rechte, rechte Oberschenkel brennen, und Leute, wir hören nicht auf, kommt, tief, wer möchte, zwei, nie nach hinten, und zwei zur Seite, around the world, Launch, Launch, Squat, zwei nach hinten, zwei zur Seite, 16 Repeater, kommt, tief, es ist schön, Oh, Bauch fest, Schulter zurück, nehmen wir nochmal die Sonne mit, komm, Arme nach oben, Oh, noch, sechs, hast du dich jetzt schon, oh, und, stopp, Oh, schön so aus, oh, der ist, wir lieben ihn, wir hoffen, wir auch, jetzt nimmt bitte das andere Bein, Was ist das, Kavir, in den Step, Back, drei, zwei, eins, hoch, Bauchnabel nach innen, und die Schultern zurück, Geht mal leicht von der Hüfte nach vorne, und wer kann, nimmt das Standbein, lassen wir es angewinkeln, Lunge, 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 Squat, tief, bei dem Squat, Popo tief, hoch, und der ist hüftbreit, Einmal noch, around the world, repeat, dann mehr, drei, zwei, bleibt oben, vier, nie, vier, drei, Oh, zurück, tief, nach hinten, vier, drei, zwei mehr, kommt, Back, machen wir noch mehr Kombi, Zwei nach hinten, zwei nach rechts, eine Runde noch, tief, war alles brennt, oder, Fremsi? Ja, zwei, das heißt, das wollen wir, oder? 16, komm, tief, lang, maximal bis Bauchnabel, ziehen das Knie, Komm, tiefer, nimm mal die Hände, lenkt ab, Huh, sechs noch, Schüttet, geht gerne eine Runde im Zimmer, oder ich war zum Trinken, Behandeln, Geht auf den Step, oder? Genau, wenn du willst, So, wenn ihr euch wieder gefangen habt, dann dreht das Step nochmal, Der Puls ist jetzt unten normalerweise, bestenfalls, das heißt, wir schicken den zweiten Zirkel hinterher, Wieder gleiches Prinzip, Tabata, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, Vier Blöcke, die wir zweimal wiederholen, Ja, machen wir gleich weiter, oder? Welcome to Tabata, welcome to Tabata, Wir starten, Jump on, jump on, Sieht so aus, Dein Tempo, Erzähl dich ein, mach dich bereit, Und dann gehen wir mit uns, On, Off, Off, Ich möchte, Dass du beide Füße auf Step bringst, gleichzeitig, Beut deine Knie, Geh ich sie, Ja, wie Butter, Bring den Po tief, Job in der Ute heben, Oder bist du langsamer, ja? Stoppt hier, Pause eins, Wir erholen uns, Skater, oder? Wo fangen wir an? Da lang, oder? Genau, Da bist du ja, gellst, Go, go, Großer Sprung, Wer möchte, Kann auf Step tippen, Oder bleibt oben, Zeit, Yes, Kommt mehr, Großer Sprung, Jump, Jump, Und, Jump, Rest, Rest, Rastet, Block drei, Schau mal, Ein Bein auf Step, Zwei, Nee, Double Lunge, Eng, Nee, Nee, Double Lunge, Lift, Wenn du das hast, Schau mal, Zwei, Nee, Tap, Shuffle, 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 Vier, Shuffle, Tap, Vier, Drei, Zwei, Stopp, Lande soft, Wolltest Standbein, Lehn dich leicht nach vorne, Der geht noch, Stopp, Step vier, Vier, Snowboard, Nehmt wieder ein Bein auf Step, Wir drehen euch, Oder ohne Step, Kommt, Nehmt die Arme mit, Mehr Schwung, Und Option, Wart mal, Manchi, Wuhu, Kommt, Mehr, Wow, Oh, Der könnte auch lang, Kammer, Gert, Und, So werden die ersten vier, Überraschung, Wir zäumen von hinten auf, Alles nochmal von vorne, Skateboarder, Anderes Bein nach vorne, Ready, Hopp, Feucht die Knie, Dreh den Körper mit, Spannung im Oberkörper, Sink tief, Habt ihr noch Power, Wenn nicht, Tap dein Step, Geh dein Tempo, Aber bleib nicht stehen, Hold, Rest, Feast, Wer hat sich das denn ausgedacht, Anderes Bein, Zwei Neh, Shuffle, Nahe Hand, Tap, Tap, Hold und Shuffle, Ganzer Fuß auf Step, Schultern tief, Bauch fest, Auch jetzt, Achtest du auf die Ausführung, Jetzt nur mehr denn je, Come on, Kein Jump, Kein Stress, Ja, 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 ein Porn noch. Komm. Jump. Jump. Und stopp. Mega. Letzte Runde. Runde 8. Jump on. Und zurück. Go, go, go. Ohne Step. Sieb im Po jetzt. Komm. Hör nicht auf. Get's. Ja. Ganz gleich. 10 Sekunden. Und stopp. Gut. Boah. Schwitzt du auch? Ja. Nee, ich tue nur so. Wir haben noch einen Power. Der ist wunderschön. Dreht euch das Step. Ohne Step bei mir. Wildes Geschnaufe. Trinkt was, genau. Trinkt, trinkt, trinkt. Aber nicht zu viel. Gibt es uns Seitenstechen. Ich weiß, wovon ich rede. Kommt auf Step. Oder kommt zum Boden. Und dann können wir gehen. fünf Minuten fünf Minuten und ein paar Zerquetschte. Oh. Rechts. Was ist das Herz? Dieses rechts. Tift. Tucht euch nochmal. Alte Hasen wissen, es ist immer ein Down-Tap. Es ist immer ein Down-Tap. Bester Tap aller Zeiten. Bester Track aller Zeiten. Du kannst alles easy machen. Oder du hebst ab. Don't make me feel. Reach up. Der Hang so hohe Decks. Das ist der Knaller. Ihr könnt durch die Denke durchgehen. Neuer Move. Acht Repeater. Klein. Don't get it. Sitz. Beutern statt Bein. Und switch zur anderen Seite. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Wir kombinieren. Down-Tap. Klein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Wherever you can. Vier Knee. Drei. Zwei. Switch. Wird das? Reb up. Wuhu. Der Kieger. Kiegt sie vor. Und dann dreh dich, Pippchen. Viermal. Switch. Wärmst noch einmal. Wenn du nicht mehr springst, selber move ohne Jump. Du bist immer noch athletisch unterwegs. Bin mir sicher. Wechsel. Over. The top, baby. Hört ihr das? Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Kick den Po. Tidig lang. Oder? Tidig lang. Tidig lang. Down-Tap. Oh. Schöner thun. Hold me now. So much. Settel. Deep, deep. Hold. You might use this fight. Give it to me, baby. Just give it to me, baby. Give it to me, baby. Chuck. Kick den Po. Kick den Po. Run it. Wir haben noch ein Level. Das will ich euch nicht im Ohr enthalten. Achtung. Down, tap. Down, down. Wie viele? Vier, drei, wie viele Repeater? Lieber vier, oder? Wechselt. Das ist das. Eine Kombi. Get it. Und zwar, wherever you can. Es ist egal, wo du bist. Ja? Solange du in Bewegung bist, mach es doch mal. Komm. Könnt ihr noch? Ja? Gott sei Dank. Switch. Der letzte. Was machst du, wenn es nicht mehr geht? Du hörst nicht auf. Stepper. Hört niemals auf. No. OTT. Over the top. Stop, jump, rock and roll now. Das ist eurer. Egal wo, egal wie. Dein Track. Dein Finale. Step down. I know you're telling me you're leaving. But all I wanna do is hold you now. And hear the sound of your heart beating. There's a way to stop it. Show me how. Give it to me baby. 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 Down, down, jog. Kick den Po. Oder kick ihn nicht. Völlig egal. Solange du dich weiter bewegst. König auf. Level 3. Let's do it. Knie zusammen. Füße eng. Letzter Block. Over. Geht da was? Da muss was gehen. Die Wände müssen webern. Der Boden wackelt. Die Nacht von Freud stoppt die Arme hoch. Mega, Franzi. Trinkt was. Da für Bewegung. Und freut euch. Ihr habt gerockt. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. Wir drehen das Step nochmal. Ihr könnt jetzt ein Gewicht verwenden. Ein leichtes, mittleres Gewicht. Oh, danke. Vor die Brust. Bisschen Platz. Zum Step. Bisschen Platz für deine Übung, wenn du jetzt in den Lunch gehst. Es ist für den ganzen Körper. Juhu. Die Scheibe mal vor die Brust. Elbungen leicht anwinkeln. Wir starten. Step. Lunch. Halb hoch. Switch. Auf den freue ich mich am meisten. 80's Baby. Ich versuche nicht so viel zu reden, damit ihr den Song würdigen könnt. Es wird vorüber dramatisch. Heartbreak. Schaut mal. Rotation. Das war das Wort. Rutsi aus deinem Rum. Geh aus den Rippen. Klitzekleine Bewegung. Mit deinen Armen fast gestreckt. Jetzt schau mal. Wir haben einen Triple Pause Lunge. Und einen Lift. Kommst du zu mir. Super. Now that you're gone. 3, 2, 1, push. Schieb vor den Körper. Zwick die Vorbanden zusammen. Nimm dir sie eine kleine Sekunde Zeit da oben. Oder kein Lift. Dann ist es der selbe Moment. Ohne Arme, ohne Leg Lift. Triple Pause Lunge. Vier mehr. Down. Standbein. Ich weiß nicht mehr jetzt auch. Standbein ist fest auf dem Step. Sprunggelenk. Bleibt über dem Knie, beziehungsweise umgekehrt. Knie über dem Sprunggelenk. Stoppt hier. Schüttelt ganz kurz aus. Switch. Wir starten mit links. Schreibe wieder vor die Brust. Schritt tief zu der Lunge. Du hast zwei rechte Winkel in den Knie, wenn du unten bist. Step down. Halb hoch. Schließen. Langer Schritt. Kleine Rotation immer zum Standbein. Genau. Lass den Rücken gerade. Schultern weg von deinen Ohren. Zieh die Schulterblätter zur Wirbelsäule. Und du weißt, dein Rumpf ist die Maschine in deinem Körper. Lass den Rumpf die Arme bewegen. Komm. Und was sagt die Lady? Triple Pulse Launch. Push up. Sie sagt, sie hat die Schlüssel in Tokio gelassen. Was auch immer das heißen mag. Push up. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Up. Down. 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 And up. Zwick die Pobacken nochmal zusammen. Schick die Ferse in die Hinterecke vom Raum. Bleib stolz. Push vor den Körper. Das sind noch vier. Oh mein Gott. Drei. Spielt ihr was? Ja. Die Nählbogen zusammen. I know, 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 know. Stopp. Und Stopp. Der hier fehlt uns noch. Legt euch mal. Kommt der Seite ab. Ich drehe das Step jetzt nochmal. Dann seht ihr es besser. Am besten Handtuch unterlegen, wenn ihr denn eins habt. Kurzzeit her. So, dann. Bring den Po nah an. Step. Stell die Beine auf. Drück den unteren Rücken in den Boden. Fingerspitzen an die Schlepen. Und dann schau hoch. Und tief. Sea Crunch. Up. Hold. Down. Down. So, dann die Knie stoppen 90 Grad winken. Deine Schulterblätter lösen jetzt. Schau mal. Eins, zwei, drei, vier. Criss-Crawl. Die schrägen Bauchmuskeln. Wechsel die Seite. Ellbogen Richtung Knie. Und dreh es sauber auf. Spür, was da passiert. Up. Switch. Letztes Mal für jede Seite. Einer noch. Dann halte die Obenarme vor. Und wir pulsieren. 16, 15, 14. I'm moving on. Zieh aus dem Bauchmuskel. Vier. Drei. Zwei. Stopp. Löst. Rollt euch über die Seite hoch. Ein bisschen Hover. Fall deine Hände. Schieb dein Gewicht. Vor zur Schulter. Eröffne deine Knie. Hüftbreit. Und wenn du ready bist, löst die Knie vom Boden. Wir tappen. Out. In. Out. In. Wenn du nicht tappst, hältst du den Hover. Aber kein Zelt und keine Hängebrücke. Das heißt, rücken gerade. Eine Linie. Seid ihr bereit? Wir schieben vor. Vor. Rück. Rück. Vor. Vor. Rück. Rück. Lass den Po tief. Schieb nach vorne. Spür, wie der ganze Körper arbeitet. Spür, wie der ganze Körper arbeitet. Da da. Es kann nicht mehr weit sein. Es kann nicht mehr weit sein. Ich hoffe, ihr seid noch bei uns. Topp. Für die Letzten. Bei dir. Der spielt euch raus. Immer noch. Best sich nicht tot kriegen. Jetzt aber. Wow. Oi, oi, oi. Löst auf. Und legt euch gleich nochmal hin. Kurzen Cool Down schaffen wir noch. Ein, zwei Minuten. Reit die Arme aus. Legt die Knie in unsere Richtung. Schau mit dem Kopf weg von den Knien. Belohnung startet jetzt. Schnaufe hier kurz durch. Liegende Drehung. Dann stell deine Beine auf. Eine Fersen aufs Knie. Öffne die Hüfte. Und dann greif durchs Fenster. Zieh dir den Oberschenkel ran. Und fühl dir die noch in den Po. Jetzt versuch das Knie ein bisschen weg von dir zu bringen. Und den Oberschenkel ein bisschen näher ran. So, dann für die Beine rückseite und das Bein abstellen. Oberes Bein zur Decke. Deine Zehen zur Stirn. Fass deine Wade oder alternativ den Oberschenkel. Und zieh das Bein ran zu dir. Wechselt. Bring gleich das andere Bein zur Decke. Selber move. Hamstring Stretch. Ich hoffe, es brennt ein bisschen nach. Fersen aufs Knie. Hüfte öffnen. Einmal durchs Fenster greifen. Dehnen für den Po. Wenn du löst langsam auf, leg die Knie weg von uns. Arme wieder ausbreiten mit dem Kopf. Weg von den Knien schauen. Und dann roll dich über die Seite nach oben. Und komm langsam zum Stehen. Kein Stress. Hinteres Bein in den Boden drücken. Schieb nach vorne für die Wade. Und denk dran, dass deine Schulter auch was getan hat. Drück den Arm in die Brust. Schließ die Füße. Und zur anderen Seite schieb das Gewicht vor, dass du die Wade spürst. Und in den anderen Arm. Öffnet die Brust. Soll es breit. Hol dir weiter die Hände hinter dem Körper. Zieht euch einmal lang. Und große Schulter kreist. Und dann sind wir durch im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt geschwitzt. Wir hoffen, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Ihr könnt uns gerne ein Feedback da lassen, wenn ihr das möchtet. Was gut war, was sehr gut war, was weniger gut war. Ihr könnt ein bisschen auch mitgestalten. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt einen Move, der unbedingt rein muss, lasst es uns wissen. Und dann sehen wir uns bald. Ich glaube, jetzt folgt Bauch, oder? Core. Ja, mit Frankie the Frank. Schönen Abend. Schönen Abend. Set. Äh. Okay. Malen. Schönen Abend. Ich möchte genau was einfach nicht.